Meine Damen und Herren Präsidentinnen und Präsidenten, Magnifizzenzen, lieber Herr Strohschneider, ich beende hiermit den Konjunktiv und komme zu meinen Worten. Und lieber Herr Zernikoff, freut mich sehr, dass wir heute Ihnen diesen Kommunikatorpreis verleihen können. Das Halt sehr, hören Sie mich hinten? Gut, wunderbar. Der Preisverleihung des Kommunikatorpreises der DFG und des Stifterverbandes nähert man sich im Allgemeinen, indem man das schließt, was die DFG und das Auswahlgremium dazu geschrieben haben. Natürlich liest man auch das, was als Text vorbereitet war, aber dann kann man meistens der Versuchung nicht widerstehen und selbst noch einmal im Internet nachschauen. Und bei Ihnen, lieber Herr Professor Zernikoff, ist es eine ganz besondere Freude. Sobald man die Bilder, die natürlich Google bereitstellt, sieht, freut man sich. Sie sehen auf allen Bildern freundlich, lächelnd, lachend und positiv aus. Ein Eindruck, der sich auch wiederholt, wenn man in einem Video, das man natürlich ohne Schwierigkeiten bei YouTube heutzutage findet, sie anschaut. Und dann Ihr Thema. Das, was Sie zu diesem Thema an Forschung geschrieben, an Vorträgen gehalten haben, ein wichtiges Thema. Die Pädiatrie im Allgemeinen und die Fragen von Schmerztherapie und der palliativen Medizin bei Kindern im Besonderen. Beides zwar unterschiedliche, aber gleichermaßen schwierige Themen. Themen allerdings, die aktuell auf der politischen Agenda stehen. Es sind Forscher, Ärzte, Menschen wie Sie, die dafür sorgen, dass diese Themen überhaupt auf der politischen Agenda auftauchen. Und Ihre Energie, die ganz offensichtlich ansteckend ist, hat dazu beigetragen, dass man Ihnen zuhört, dass das Thema der palliativen Medizin in Deutschland wichtig wurde. Und das ist der systematischen oder systematischer Rennforschung zugänglich gemacht wurde. Sie haben einmal gesagt, dass Sie die besten Einfälle im Grunde nicht wie unsereins ab und zu, sondern immer haben und dass es für Sie erholsam wäre, wenn es ein paar weniger wären. Aber wir sind froh, dass es viele Einfälle sind und dass jemand wie Sie diese Themen voranbringt. Der Bundestag hat kürzlich einen Gesetzentwurf des Gesundheitsministers beraten, der einen Ausbau der Palliativversorgung vorsieht. Dies ist ein wichtiger Schritt in einem Land, in dem die palliative Medizin, aber auch die Schmerztherapie weniger verankert ist als in vielen Ländern, insbesondere den angelsächsischen. Und die palliative Medizin für Kinder ist nun in der Tat in Deutschland sehr selten institutionell verankert. Sie sagten einmal, dass im Grunde jede Kinderklinik sich der Schmerztherapie und der palliativen Medizin annehmen müsse. Davon sind wir heute noch weit weg. In den vergangenen Jahren hat sich einiges bewegt. Gleichwohl brauchen die betroffenen Kinder und Familien heute und auch in Zukunft eine kraftvolle Stimme für ihre Anliegen. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten Forscherpersönlichkeiten wie Sie. Mit Ihrer Forschung tragen Sie zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kinderschmerztherapie und der Palliativmedizin bei. Mit Ihrem Engagement als Kommunikator erreichen Sie betroffene Eltern und Kinder, Bürger, aber auch Entscheidungsträger der Politik und dem Gesundheitswesen. So ist es Ihnen über die Jahre gelungen, kreativ und hartnäckig die Schmerztherapie bei Kindern zu einem festen Bestandteil der Pädiatrie wie auch der öffentlichen Diskussion zu machen. Sie gelten damit als Wegbereiter einer adäquaten Schmerztherapie und Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Der Vorsitzende der Jury, Herr Professor Frank Allgöber, wird Ihr Wirken als Forscher und Kommunikator im Anschluss ausführlich würdigen. Ob er schnell spricht oder nicht, weiß ich nicht, aber sicherlich mit einem gewissen schwäbischen Akzent. Erlauben Sie mir nur einige Worte zum Kommunikatorpreis selbst, dem Wissenschaftspreis des Stifterbandes und der DFG. Es braucht Menschen, die in und durch ihre Personen Begeisterung und Neugier für ein Thema oder eine Frage wecken können und ihre kognitiven wie sprachlichen Fähigkeiten dafür einsetzen, ihre Forschung und deren Relevanz für die Gesellschaft verständlich zu vermitteln. Diesen besonderen Verdienst zeichnet der Kommunikatorpreis aus, den wir heute mit großer Freude als Stifterverband gemeinsam mit der DFG, gemeinsam mit dem Präsidenten Herrn Professor Strohschneider in dieser 16. Jahresversammlung der DFG übergeben können. Dieser Preis gilt als wichtigste Auszeichnung seiner Art in Deutschland und wird ein Wissenschaftler vergeben, die Vorbildcharakter darin zeigen, ihre Forschungsergebnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen und den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird auf Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben. 46 Forscherinnen und Forscher wurden der Jury in diesem Jahr vorgeschlagen. Die Auswahl des Preisträgers erfolgt ohne Involvierung des Stifterverbandes, sondern von einer unabhängigen Jury, der der DFG-Vizepräsident Frank Algeber vorsahs, und die die Auswahl gemäß der Kriterien, die für die Vergabe des Preises ausschlaggebend sind, trifft. Also als Basis die Qualität der Forschung und bezüglich der Kommunikation die Breite und Vielfalt sowie die Originalität und Nachhaltigkeit der Vermittlungsleistung der Forscherpersönlichkeit stellt. Ich freue mich sehr, dass mit dem Kommunikatorpreis das außergewöhnliche Engagement von Prof. Dr. Boris Zerniko geehrt wird. Sie nehmen Forschungsfragen, klinische Versorgung Ihrer Patienten und die Weiterentwicklung der dafür notwendigen Rahmenbildungen im Gesundheitssystem gleichermaßen in den Blick. Für Ihre nachhaltige und zukunftsweisende Arbeit und die Vermittlung über die grundlegenden Fragen der Schmerztherapie und Palliativmedizin wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und alles nur erdenklich Gute und vor allem noch ganz viel Wirksamkeit in der Öffentlichkeit.